Das Bannet-Symbol reinmachen, damit ihr wisst, wie sehr, genau, da ist es schon, wie sehr der Bannhammer krachen kann vom lieben Luigi. Stimmt es, dass du mit Montana Black in Team wurdest? Ja, natürlich, Bruder. Bisschen Pimmelfechten macht man doch mit seinen besten Bros, oder? Hab ich Luigi gesagt? Ach, Bruder, das war's ja wieder komplett. Ich werd immer vom Twitch-Shit so verarscht. Es ist so unerträglich, Digga. Unerträglich ist das. Ich mein natürlich Yoshi. Ich schwöre, ich wollte Yoshi sagen, aber ich hab wieder was Falsches gesagt. Es ist die Stream-Up-Krankheit. Die Versprecher steigern sich exorbitant zu den Viewerzahlen. Das ist einfach fürchterlich. Wie geht das mit dem Schloss? Den grünen Funken musst du ganz nach außen kriegen. Das ist recht leicht. Oh, Strohhut wieder. Das ist recht leicht. Und den roten Funken, der sucht sich seinen Weg, indem du die Rädchen drehen lässt. Alle. Das siehst du unten rechts dann. Wenn sich die alle anfangen zu drehen. Ja, keine Ahnung. Ich glaub, mit Vibration spürt man das auch. Toll, Level 19er-Items. Einfach schwächer. Oh, ui. Keine Verbesserung angewandt. Hat das schon jemand rausgefunden, wie man Items verbessern kann? Oh, Mashallah. Komm mit der Story. Okay. Gut zu wissen. So, direkt wieder hier ein bisschen was verkaufen. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Vom Laden. Was soll das? Das findet man alle zu genug. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Digga, einfach mein Astro hat sich wieder disconnected oder so. Puh, egal. Bald ist es vorbei mit dem... Wirklich, jede Zocker-Session drin. Drei, vier, fünf, zwanzig-tausend! Disconnects! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlids. Oh, süß! Das war aber noch nicht alles, oder? Also es war wirklich gerade, Shad, das war wirklich ein Mini-Puls davor, es einfach mit voller Kraft auf den Boden zu schmeißen. Ich habe wirklich es nur gemacht wegen den Nachbarn unter mir. Nur deshalb. Und wenn ich das mache, kaufe ich mir auch kein neues mehr. Dann wechsel ich den Marker. Dann ist das Ding over, Digga. Die können sowieso seit Jahren keine Partnerschaft, Digga. Geiz, Hälse. Was passiert ist, also das Astro ist ja am PC angeschlossen. Und ich habe einfach seit, ja nicht nur seit Wochen, seit Monaten habe ich immer Disconnects. Mal ist der Sound ganz weg für ein paar Sekunden, das ist nicht so schlimm. Aber auch natürlich nervig, wenn gerade ein Gespräch ist oder so. Und man keinen Untertitel anhat. Und dieser unglaublich nervige Bug, der gerade war. Irgendwas disconnectet sich bei der Station und dann ist die nicht mehr richtig aktiv. Und dann höre ich keinen normalen 5- oder 7.1-Sound mehr, sondern nur noch ganz leisen Hintergrund-Sound. Wenn überhaupt. Oder der wird so blechern. Also du kannst ja wirklich, ja, kannst du nicht an einer Hand abzählen, die ganzen Bugs, die passieren. Und ich habe alles schon gemacht. Die Station resettet, die neuesten Patches draufgespielt. Ne? Und dann hätte ich noch hier Garantie. Also ich meine über Abazone würde ich einfach zurückschicken, Digga. Geld zurückverlangen. Ich habe noch zwei Jahre Garantie. Klar, ich könnte ein neues anfordern, aber... Vielleicht wird es Zeit für ein anderes Gaming-Headset mal testen. Und vielleicht auch eine Partnerschaft, wenn das dann geil ist. Aber ich würde nur noch Wireless benutzen wollen, Chat. Die Zeiten, wo ich Kabel benutze, sind vorbei. Ganz unten? Ganz unten? Wieso ganz unten? Das mit den AirPods geht nicht, Chat. Sonst würde wahrscheinlich fast jeder hier mit den AirPods sitzen. Aber die sind nicht so leicht zu verbinden. Kugel unten ins Loch. Das Loch hinter meinem Kopf. Biodynamic habe ich immer sehr viel Positives gehört. Vielleicht muss ich echt mal Biodynamic ausprobieren. Oha, oha. Da wäre selbst Merlin stolz. Gibt es Biodynamic als Wireless? Ja, muss ich dir sagen, Chat. Oha, Predator sagt Zipfel, Sidechain und ich haben Biodynamic. Ist echt nice. Oha. Also eine Triple-Mods-Empfehlung. Triple. Eine Drohnen-Mods-Empfehlung. So, Herausforderung. Erkundung. 7%. So, mehr Slots. Oha, 10 Stück als nächstes. Jetzt haben wir ein Inventar von... 28. Na, immerhin. Test verstanden. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Chat. Aber ich kaufe eigentlich Equipment. Gaming-Equipment. Monitore, Headsets, Tastaturen und so. Immer nach Empfehlungen von guten Freunden. Auf dessen Meinung ich vertraue. Ne? Die ganzen Monitore wurden mir auch empfohlen. Den Gigabyte 28MU. M28U. Von einem sehr guten Kollegen. Den Asus 2K 270 Hertz. Von anderen Streaming-Kollegen. Ne? Ja. Okay, ach, wir hatten ja... Wir waren ja da gerade dabei. Das ist zu erledigen. Ich gucke auf 5 Sterne. Das Problem ist, den Bewertungen kann man heutzutage nicht mehr so trauen, wie man es eigentlich sollte. Also bei richtig guten Marken wird das nicht so abused, aber gerade so bei etwas kleineren Marken werden so heftig Fake-Reviews gekauft. Ganz, ganz, ganz großer Stil. Im ganz großen Stil, Digga. Den Streamern auch nicht. So, jetzt schaue ich erstmal, wie lange du folgst. Ach, der Zweiter seit heute. Es gibt eine Woche, Digga. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Kann ich die Lehrerin einfach, während sie da ist, bestehen? Rebellion. Das wäre doch Maschine. Okay, Chat. Kurze Pinkelpause. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black-Quidditch jemals wieder erlaubt. Ah. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glatius. Ich finde, ihr Gesicht sieht irgendwie nicht aus wie in 2K, sondern eher wie in 720p. Schon den neuen LG-Ultra-Gear-OLED-Monitor mitbekommen. Jo, habe ich auf dem Schirm. Ich habe da immer so ein paar Lümmel, die mir sowas direkt schicken. Ich lasse den jetzt erst aber mal testen von auch Streaming-Kollegen, wie in den Stylers, Milers. Wenn der was taugt, wird er bestellt. So ist der Plan, Bruder. Glatius. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben. Ehe ich ihn auf die Brüche loslassen. Denk ich da gerade, hä, bin ich blind? Wo ist der Zauber? Das ist golden. Boah, das ist eigentlich sogar echt geil, dass er golden ist. Weil wir aktuell immer noch immer Probleme hatten. Äh, Probleme hatten mit Gegnern, die Schilde hatten. Ich könnte mir ein komplettes rotes Set machen eigentlich. Mal und mit gelb. Ähm. Expelliarm, defind, constring, Glatius. Bitte. Sie lernt. Constringo. Defind, Glatius. Expelliarm. Bestimmt, sie lernt. Aber wir haben so weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Wir haben wieder ein Point auf Dashemi-Masche. Habe ich das schon, dass Stupor mehrere Gegner trifft? Ja. Dadurch treffe ich zwei Leute gleichzeitig mit Stupor. Und durch das hier wird das auf zwei Leute angewandt. Und die werden geschwächt. Wenn ich jetzt das noch kaufe, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Hey, danke für die zehn Nashis. Äh, den Namen lese ich nicht vor. Danke für die zehn verschenkten Subs. Ja, Bruder, manche Twitch-Namen. Da muss ich los. Spätzle mit Soße. Danke, danke. So. Was kann der? Wird eigentlich jemals jemand schleichen? Das gilt. Das wäre eigentlich auch mal geil. Zusätzlich Zauber-Set. Ja, ne, ich will das mit den dunklen Künsten. Was haben wir noch so auf Tasche? Wir haben jetzt hier noch Wirke de Pulso auf einen levitierten Gegner. De Pulso. Ein levitierten. Dafür brauche ich erstmal Wingardium Leviosa. Ja, moin. Und dafür muss ich die Pflanzensachen testen. Venemosa Pentacula. Haben wir schon gelernt, wie wir uns diese Pflanzen herstellen? Nee, gell? Wir können nur Pflanzen anbauen. Aber Obwohl. Nee. Wahrscheinlich können wir die auch ernten, oder? Können wir auch beides kaufen in Hogsmeade? Kann man auch beides kaufen in Hogsmeade? Oh mein Gott. Asio-Duell. Was ist Asio-Duell? Duell-Brett. Ist das... Ist das ein Minispiel? Oder ist das... Oder ist das Duellieren? Ach, das mit den Bällen. Warte mal. Das war so... Okay, sag ich jetzt mal. D'Pulso. D'Pulso war was? D'Pulso, D'Pulso. D'Pulso. Das müsste hier reichen. Ja. Okay. Das hätte ich ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon machen können. Easy sogar. Müssen wir jetzt nur einmal Gegner finden. Woran sieht man, wenn man die Prüfung des Merlins abgeschlossen hat? Die sehen alle für mich nicht abgeschlossen. Die Symbole verschwinden ja nicht von der Karte. Oder? Weil hier... Haben wir das nicht gemacht? Oder sind die noch... offen? Die sind von der Karte dann weg. Als ob hier dann noch zwei sind. Ah, okay. Da sind sie echt nicht geizig mit diesen Prüfungen. Okay, wo sind Gegner? Aber mal dahin porten. Ja, es gibt extrem viele. Wir brauchen fürs nächste Mal... Fürs nächste Upgrade brauchen wir auch zehn Stück. Ja. Okay. Ja. Wie ihr wisst, ist das schärfste Werk... Ja. Du kannst dich hier nicht raus... Achio. Was ist das? Das war's für heute. von dem zusätzlichen damage merke ich noch nicht so viel besiege sumpf wenn ich fast die eine komo die ich gemacht habe mit gegnern zu mir ziehen feuer und dann direkt dahinter wegstoßen die gegner prallen zueinander fast stärker gegen gegen gegnergruppen ist halt man braucht eigentlich viel mehr sets wenn sie jetzt nicht tot wären hätte ich noch direkt den anderen spell machen kann aber man kann sich auf verschiedene sets machen das ist halt dann eher jetzt mein range set und das ist nahkampf shotgun bilden jetzt einfach mal das schöne ist beide sets haben jetzt eigentlich die farben gut abgedeckt wo müssen wir denn jetzt hin müssen zu der pflanzenfrau wenn gardium ist sie denn habe ich den auftrag nicht ausgewählt ach so ne das war was anderes hier ich bin gespannt auf die performance von dem spiel auf den old gens auf ps4 und xbox series x wenn sie das schon so verzögern nachdem sollte die performance hoffentlich auch mindesten gut sein ich sollte nachsehen ob ich an hohen orten in der schule senobias steine finde wie geil ja moin geil ich habe heute schon zwei Zwei Öpfel gegessen, eine Kiwi und jetzt esse ich noch eine Bonone, der healthy lifestyle kickt. Unten im Vitamin D, Vitamin B12, Kreatin, Protein und Magnesium. Däger! Fürchterlich. Was haben wir denn? Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich. Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommen den offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Spüre Gefahr, dass die Menschheit zu viel TikTok konsumiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Chat, Kreatin tut nicht per se Haarausfall verursachen, sondern kann und kann in Anführungszeichen von 100 Personen, keine Ahnung, zwei, das ist es kann, ne? Kann erblich bedingten Haarausfall beschleunigen. Deshalb immer dieses Halbwissen im Chat. Es ist unerträglich. Ich würde am liebsten einfach, Leute, dafür Permabann. Einfach Permabann. Irgendwann mal was aufgeschnappt von irgendeinem selbsterklärten Fitness-YouTuber. Direkt mal in den Twitch-Chat chatten. Oh, Bruder, du nimmst Kreatin. Pass auf, deine Haare fallen aus, Digga. Deine Haare fallen aus, deine Wippern, deine Augenbrauen, alles wird weg sein. Meine Fresse! Unerträglich. Unerträglich, Digga, das Internet manchmal. Ja, ich weiß, dass ich erblich bedingten Haarausfall habe, aber das juckt mich nicht, Bruder. Bei mir ist eh nichts mehr zu holen auf dem Kopf. Weißt du, was ich meine? Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Din, 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 din. Jetzt haben wir langsam alle Zaubersprüche zusammen. Jetzt fehlt noch... Jetzt fehlt noch... Arresto Momentum. Transformaischen. Wingardium Leviosa. Bombarda. Find ich auch noch irgendwas so flip oder so? Ah, hier. Flipendo. Auch geil. Beursacht keinen direkten Schaden. Ne, das... Was haben wir denn jetzt gelernt? Schon das mit dem nach unten, ne? Okay, man kann den auch auf stehenden Gegner einsetzen, aber wenn die in der Luft sind, macht's mehr Damage. Macht ja auch Sinn, ne? Protego. Legiose. Akir. Enfendi. Enfendi. Arm den Dreh raus. Legiose. 1, 2, 3. Akir. Enfendi. Feuer. 1, 2, 3. Wann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten? Und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben? 1, 2, 3. 1, 2. Archeo. Enfendi. 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 So, ihr meintet, beides kann man kaufen in Hogsmeade. Venemosa Tentacula. Und wo kann man das kaufen? Bei dem Kräuterfritzen nicht. Vom grundlegenden Zaubern fehlen mir welche. Ich weiß es nicht. Der verkauft Produkte, Samen und Dünger. Wälzer und Schriftrollen. Bei den Zaubertränken auch nicht, oder? Schnabel und Brut. Oder bei den Händlern, bei den Zugschienen. Links der Stern. Hier? Polymiander, Schnatz. Bei Besen auch nicht. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Bier nicht, ne? Der Zaubertrank. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Gaufen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Das Angebot ist wahrscheinlich dauerhaft, Chad. Bei Zint Gaming. Also keine Panik auf der Titanic. Ach, hier oben. Da oben. Dauze, danke dir. Für die Props. Nasus auf der Blacklist. Das mag der... Der Bot nicht. Nehmen wir einen Timeout zurück. Ey, Flugverbot. Ehrenlos. Lasst mich doch fliegen. Unsichtbare Wände. Schlimmste Erfindung. Das ist denn jetzt der normale Weg. Also wirklich, ey. Wofür bin ich Magier geworden? Bestimmt nicht, um in unsichtbare Wände reinzulaufen. What the fuck? Want den Bruch? Wieso? Digga. Ich freue mich so. Nein, Chad, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Der liebe Montinius, a.k.a. die Rolex Krone 88. Und der liebe Danny, a.k.a. Melonenkopf, der gerne glänzt. Und der liebe Ello zu dem Trix planen, wieder eine kleine Crew zu gründen. Oder halt, das sind wir ja sowieso schon immer, aber halt in dieser Konstellation regelmäßig aufzunehmen und Content zu liefern. Ob das tatsächlich dann am Ende des Tages geschehen wird, steht zwar noch in den Sternen, aber die Motivation ist da. Habe ich jetzt nirgendwo den Unsichtbarkeitszauber drin? Oh, als ob jetzt die drei Sets nicht mal mehr reichen. Uwe ist auch dabei. Ne. Die Dreierkonstellation, die ich gerade genannt habe. Ihr braucht jetzt nicht fragen, ob XYZ-Youtuber dabei ist. Ich habe doch gerade die Konstellation gesagt, Digga. Also wirklich. Bei Trimix hätte ich wieder ein Permaband gegeben. Ich bin viel zu nett. Wirklich. Bald läuft es hier bei, äh, bald läuft es so wie hier bei Bröki1. Bröki1, ne, das waren die alten, guten alten Bröki-Zeiten. Er streamt einfach LOL. 1500 Viewer. Niemand schreibt in den Chat. Ich schreibe so in den Chat. Boah, Digga, ganz schön ruhig der Chat so. Äh, alle im Lurk oder was? Er sagt so, ja, nee, Digga, die können nicht schreiben. Die sind alle gebannt. Bei dem waren einfach straight up 90% des Chats alle Permaband, Digga. Weil sie immer irgendeine Scheiße geschrieben haben, die den Commander getriggert hat. Alle raus. Aber zugeschaut haben sie noch. Die können nicht, die können nicht schreiben. Die sind alle gebannt. Na ja, vielleicht führen wir das hier auch ein. Sonst verliere ich bald den Verstand. Sehe ich's kommen. Moin! Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja. Beatrice Green der Name. Aber sie dürfen mich... Eine Zeit lang musste man ihm noch die Ehle unter den Nachrichten schreiben, ja. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Allraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht zu viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche. Und nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Allraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Ich glaub, Hühner kann man nicht füttern, weil Hühner sind halt normale Tiere, ne? Und keine magischen Wesen. Hier ist jemand gestorben? Ja. Ein Glück, dass es nur einer war. Wieso bekommt man hier keine Kanalkunkte? Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind ausverkauft, Digga. Ich sehe mich einfach etwas rum. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Man wurde auch mal eine Zeit lang einen Tag für einen Kekwee geteilt. Ja, das kenn ich auch von Agurin, Digga. Wenn Agurin mal ein Game hat, was nicht so läuft, Digga, und irgendjemand schreibt was in den Chat. Bruder, das war dein Fold. Bruder, direkt Permabund. Ich bin ja bei dem Mod, ich sehe das, wenn jemand Permabund bekommt. Oder das Game hast du geworfen. Bann. Was verkaufen Sie hier? Bruder, du intest. Bann. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oha, voll teuer. Woher kriegt man denn eigentlich effektiv Kohle? Ich kann doch nicht hier immer hunderte, hunderttausende Augentruhen plündern. Was haben wir noch gebraucht, Chat? Haben wir Al-Raun-Samen gebraucht? Oder chinesisches Kaukohl? Ich hätte mir das Ding auch einfach kaufen können. Hey, Lotharex mit einer 10er-Naschi-Bombe an die Community. Lass mal ein paar Subbomber steigen und ein paar Subbombs wegnehmen. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Oder so Broke, Mann. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja, das war's komplett der Rino. Noch nie war ein Schüler so Broke wie wir. Okay, da oben nochmal ein neuer Laden. Sehr schön eigentlich. Was gibt's denn da? Ort alter Magie. Gummieren wir da mal aus den Aal. Nur ruf Nico an, der hilft dir bei deinen Insolvenzproblemen. Das Meme wird da wohl auch nie wieder los. Das wurde auch nicht mehr nur los hier. Boah, das stimmt. Das ist quasi so eine Stungranate. Schießt die Säure auf nahe Gegnersamende. Können bei Wasser gehen. Muss in großen Töpfen gepflanzt werden. Da bin ich mal gespannt. Kann man überhaupt Spinnen betäuben? Ja, sieht so aus. Nehm decision. Dann bin ich mit einer Schmiedsrucke. Dann bin ich mit einer Schmiedsruhe. Das ist ein Schmiedsruhe. Ja, das ist ein Schmiedsruhe. Schwarz. Boah, der Spell ist so geil. Der macht leider nicht so viel Damage, wie ich mir wünschen würde. Carsten Potter. Ah, wieder auf den Beinen. Wir werden ganz schön tankiger hier. Die Spinnen mimmen. Oh no. Oh! Ich werde attackiert. Oh mein Gott! Please no. Oha, flippen. Alter, mit diesen unterschiedlichen Sets kann man halt im Duell mit so unterschiedlichen Kampfstile swappen. Das ist schon genial. Man muss sich nur daran gewöhnen. Das ist gar nicht so leicht. Oh! Ach so. Man kann ja disparieren. Ich dachte gerade, was ist jetzt? Ich dachte für einen ganz kurzen Moment, das war ein Bug. Weg ist der NPC. Angst, Potter. Niemals. Träumen weiter. Du hast den Teuermiski getrunken, wenn du glaubst, dass du mich übertreffen kannst. Letztes Mal konnte ich die Säcke kaum ertragen. Ach hier. Die Sände. Die Sände. Die Sände. Doch. Du bist eine Schlüpfrige. Du solltest flüchten. Oh, Mann. Das ist das Kaffee-System. Ich werde noch verrückt. Du bist die Plastik. Aber Wachett, sagt mal. Die Spells sehen schon alle super geil aus, oder? So ist das Spinnennetz jetzt eigentlich abgeschlossen. Sieht nicht so aus auf der Karte. Rivelio. Entweder füttert man das Tierwesen, oder es futtert dich, wenn du weißt. Ich habe was gehört. Konprinco. Froschegung. Zufrux. Expelliarm. Ohoho, was eine geile Kombo. Geiler Scheiß. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Geile Kombo. Na, Chicks. Alles klar. Seid froh, dass ich mich gerade hier nicht in der Hähnchenkeule abschneiden will. Kapit. Die Tierwesen in der Hähnchenkeule abschneiden will. Das war ein schwerer Fehl. Protego, ein Blutwurm. Hit Ritiko, go! Hit Ritiko, stopp. Levinoso. Dezendio. Achio. Dezendio. Glatio. Dezendio. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Hm. Feier doch alleine, Blutwurm. Es gibt Bosse, ja. Aber eher selten. Wie viele Spells kannst du gleichzeitig equippen? Ja, immer vier. Und man hat vier Sets. Also rein theoretisch. Ein Schloss. 16 Spells. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Uh. Alter. Blutw. Ach, sind das so Art Dungeons? Schon, ne? Will er nicht runter? Oder muss ich den Strudel berühren, dass ich rein kann? Ah. Okay. Vorhin noch hier die Pilze für teuer Geld gekauft. Jetzt finde ich sie gerade regelmäßig. Okay. Was will das Spiel? Rebellion. Rebellion. Achio. Rebellion. Rebellion. Leviotto. Rebellion. Hm. Auch gerade für teuer Geld gekauft, den Scheiß. Achille. Rebellion. Achille. Rebellion. Aktiv. Rebellion. Kann die anvisieren, also kann ich mit denen irgendwas machen? Reparieren kann ich sie nicht. Kann ich sie verschwinden lassen? Oder verwandeln? Nee, das ist nur ein Raum der Wünsche. Rebellion. Ach so. Oh, ja logisch. Ah, Mann, was echt gut auf dem Weg hängt. Die Gebeine ins Grab zurücklegen, ne? Aber wo ist das Grab? Für die... Auch in das andere? Achille. 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 Rebellion. Oh, sorry. Ach, die, die leer sind. Achille. 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 Achillu. Achille. Achille. Judge. Achille. Achille. Wie soll ich denn jetzt mit einer Platte da hinkommen Ach, ich brauche das andere Brauche ich das, Chat? Normales schweben lassen Ich habe nichts, weil ich habe eine Die Beine zum kleinen Altar Ja, ich bin offen für Vorschläge Ohpala Oder wie soll es denn darauf kommen, dass das dann... Zur Treppe wird, sag mal ehrlich, Chat Okay, jetzt bin ich wieder draußen Was bringt mir das? Sorry, Chat, da war ich jetzt gerade wieder echt lost Okay, jetzt bin ich jetzt... Okay, jetzt bin ich jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020